Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Mathe Plus. Auf einem Teich schwimmen Enten. Eine Ente ruft, guten Tag ihr 100 Enten. Eine besonders kluge Ente antwortet, wenn wir zu unserer Anzahl das Doppelte dazugeben und dich mitzählen, dann sind wir 100. Wie viele Enten schwimmen auf dem Teich? Kannst du diese Aufgabe lösen? Und wie viele Enten schwimmen auf dem Teich? Bist du dir da ganz sicher? Hast du eine Probe gemacht? Wie bist du vorgegangen? Vielleicht hast du die Aufgabe rückwärts gelöst, also die Strategie Rückwärtsarbeiten angewendet. Das heißt, du bist von 100 Enten ausgegangen und hast die eine Ente abgezogen, da diese ja zusammen mit den anderen 100 ergibt. Dann erfahren wir noch, dass wenn wir zu unserer Anzahl das Doppelte dazugeben, wir erhalten demnach das Dreifache und dieses soll 99 ergeben. Folglich müssen wir die verbleibenden 99 Enten nur noch durch 3 dividieren, um die gesuchte Anzahl zu erhalten. Somit schwimmen 99 geteilt durch 3 gleich 33 Enten auf dem Teich. Können wir uns ganz sicher sein, dass wir die Anzahl richtig berechnet haben? Machen wir lieber noch eine Probe am Text. Wenn wir zu unserer Anzahl, also 33, das Doppelte dazugeben, demnach plus 2 mal 33 und dich mitziehen, folglich noch plus 1, dann sind wir 100. Somit gleich 100. Rechnen wir nach. 33 plus 2 mal 33 sind 99 und 99 plus 1 sind gleich 100. Geschafft. Nun können wir uns ganz sicher sein, dass unser Ergebnis stimmt und voller Stolz unseren Antwortsatz schreiben, es schwimmen 100 Enten auf dem Teich. Ich möchte dir gern noch zwei weitere tolle Strategien zeigen, wie du diese Aufgaben auch lösen könntest. Du hast dann zukünftig mehrere Möglichkeiten, derartige Aufgaben zu lösen. Du kannst solche Aufgaben auch ganz prima mit sogenannten Rechenketten lösen. Dazu zeichnest du dir erst einmal einen dein Heft. Diese könnte wie folgt aussehen. Nun müssen wir diese nur noch mithilfe des Textes ausfüllen und die dann noch leeren Felder ausrechnen. Hier kannst du auch noch einmal schön sehen, dass wir tatsächlich rückwärts arbeiten, denn wir füllen die Kette bei dieser Aufgabe von rechts nach links aus. Beginnen also ganz hinten. Dort können wir schon einmal die 100 eintragen. In den Kreisen werden immer die Rechnung eingetragen. In dem Kreis vor der 100 müssen wir plus 1 eintragen. Weißt du weshalb? Na klar, weil im Text steht, wenn wir dich mitzählen, dann sind wir 100. Das mittlere Quadrat könnten wir nun schon ausrechnen. Wir wollen aber lieber erst einmal alle Informationen des Textes eintragen und erst im Anschluss die dann noch leeren Felder ausrechnen. Im Text steht noch, zu unserer Anzahl das Doppelte dazugeben. Weißt du, was wir nun in den linken Kreis eintragen müssen? Genau, mal 3. Weil zu unserer Anzahl das Doppelte dazugeben bedeutet ja, dass wir dann dreimal so viel haben. Nun rechnen wir die leeren Felder noch aus und erhalten unser schon bekanntes Ergebnis. 33 Enten schwimmen auf dem Teich. Eine ganz tolle Strategie ist auch noch unsere Mr. X-Strategie. Wieder einmal gilt es unseren großen Unbekannten auf die Schliche zu kommen. Im Text steht, zu unserer Anzahl, dies ist jedoch noch unbekannt, also unser Mr. X. Das Doppelte dazugeben, demnach plus x, plus x und dich mitzählen, folglich plus 1. Dann sind wir 100. Demzufolge gleich 100. Wir erhalten eine sogenannte Gleichung, die wir nur noch lösen müssen. Und schon haben wir wieder einmal unseren Mr. X sein Geheimnis entlockt. Ein Mr. X und noch einer und noch einer, das macht 3 mal Mr. X. Wir können also schreiben, 3 mal x plus 1 ist gleich 100. Wie viel bleibt denn nun noch für 3 mal X übrig? Richtig. 100 minus 1 gleich 99. Also erhalten wir, dass 3 mal X gleich 99 sein muss. Damit haben wir unseren Mr. X. Wenn 3 mal X gleich 99 ist, dann muss X gleich 99 geteilt durch 3, also 33 sein. Mr. X, wir haben dich. Ich hoffe, du hattest viel Spaß mit unseren Enden. Wenn du noch mehr Lust auf Mathematik hast, dann schau doch einfach einmal auf unserer Moni-Seite vorbei. Und bis dahin alles Gute, alles Liebe, bleib gesund und bis zum nächsten Mal.